Hey Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten Knetmaschinen kennenlernen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um als erste eher über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 4 haben wir die Cosvalve Food Processor Knetmaschine. Stellt euch die Cosvalve Food Processor Knetmaschine vor, ein technisches Wunderwerk, das Kraft, Präzision und Vielseitigkeit vereint, um euer kulinarisches Erlebnis zu revolutionieren. Dieses 1400 Watt Gerät verfügt über eine 7 Liter Edelstahlschüssel mit einer Vielzahl von Aufsätzen und ist in einem eleganten Silbergrünfinish erhältlich, das jeder Küche einen Hauch von Eleganz verleiht. Mit ihrem beeindruckenden 1400 Watt Motor ist die Cosvalve Food Processor Knetmaschine darauf ausgelegt, selbst anspruchsvollste Aufgaben in der Küche mühelos zu bewältigen. Ihre geräumige 7 Liter Edelstahlschüssel bietet ausreichend Platz für all eure Misch-, Knet- und Rührbedürfnisse und eignet sich perfekt sowohl für Hobbyköche als auch für professionelle Köche. Niemand mag eine unordentliche Küche. Deshalb ist die Cosvalve Food Processor Knetmaschine mit einem praktischen Spritzschutz ausgestattet. Sagt auf Wiedersehen zu Mehlwolken und Spritzendenzutaten. Dieses innovative Feature hält eure Arbeitsplatte sauber und euren Kochprozess stressfrei. Erlebt Ruhe und Gelassenheit in eurer Küche mit der Cosvalve Silent Door Machine. Ihre Geräuschreduktionstechnologie sorgt dafür, dass ihr kulinarische Meisterwerke schaffen könnt, ohne den Haushalt zu stören. Jetzt könnt ihr kneten und mischen, so viel ihr wollt, ohne euch um den Lärmpägel Gedanken machen zu müssen. Auf Platz 3 haben wir die ProfiCook BCKM 1188 Knetmaschine. Die ProfiCook BCKM 1188 ist robust gebaut und verfügt über ein solites Aluminiumdruckgussgehäuse, das nicht nur ihre Langlebigkeit erhöht, sondern auch eure Küche einen Hauch von Eleganz verleiht. Diese Maschine ist darauf ausgelegt, den Strapazen des anspruchsvollen Kochens standzuhalten, während sie ihr elegantes Erscheinungsbild beibehält. Mit einem beeindruckenden 1500 Watt Profimotor ist diese Knetmaschine darauf ausgelegt, selbst die anspruchsvollsten Aufgaben in der Küche zu bewältigen. Ob ihr schweren Brot beknetet oder zarte Bersetmassen zubereitet, Dieser Motor bietet konstante Leistung und Ergebnisse, die eure kulinarischen Kreationen jedes Mal perfekt machen. Ausgestattet mit einer großzügigen 6 Liter Edelstahlschüssel bietet diese Knetmaschine ausreichend Platz für eure Zutaten, was sie ideal für kleine und große Mengen macht. Das Edelstahlmaterial ist nicht nur langlebig, sondern auch leicht zu reinigen und gewährleistet so ein hygienisches Kocherlebnis. In einem eleganten Silberfinish ist diese Knetmaschine nicht nur ein Küchengerät, sondern auch ein Statementstück. Ihr modernes Design verleiht eurer Küche eine Prise Raffinesse und macht sie zu einer stilvollen und funktionalen Ergänzung eures kulinarischen Arbeitsbereichs. Auf Platz 2 haben wir den Klarstein Bella Food Processor. Der Klarstein Bella Food Processor ist der beste Freund eurer Küche, wenn es um Kneten, Mischen und Pürieren geht. Ihr 1300 Watt-Pau-Motor stellt sicher, dass selbst die anspruchsvollsten Aufgaben mühelos erledigt werden. Egal, ob ihr luftige Berset-Massen herstellt oder schweren Brotteig verarbeitet, diese Maschine ist dafür bestens gerüstet. Das innovative Planetenrührsystem gewährleistet gründliches und gleichmäßiges Rühren, indem es jeden Teil der Schüssel erreicht. Sagt auf Wiedersehen zu ungleichmäßig gemischten Zutaten und genießt perfekt verarbeitete Teige und Teige bei jeder Verwendung. Mit Qualität im Blick verfügt der Klarstein Bella über eine robuste Edelstahlkonstruktion. Dies gewährleistet nicht nur die Langlebigkeit des Geräts, sondern macht es auch leicht zu reinigen und sorgt so für eine hygienische Kochumgebung. Der Klarstein Bella wird mit drei vielseitigen Rühranlagen geliefert, einem Flachrührer für allgemeines Rühren, einem Knethaken zum Kneten und einem Schneebesen für luftige Kreationen. Mit diesen Anlagen habt ihr alles, was ihr braucht, um eine breite Palette kulinarischer Möglichkeiten zu erkunden. Auf Platz 1 haben wir erneut den Klarstein Bella Food Processor. Präzision und Kontrolle liegen in eurer Hand dank der 6 Geschwindigkeitsstufen des Bella und einer praktischen Impulsfunktion. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es euch, die Mischgeschwindigkeit genau auf die Anforderungen eurer Rezepte abzustimmen und sorgt so für konstant perfekte Ergebnisse. Der Klarstein Bella wird mit drei vielseitigen Rühranlagen geliefert, einem Flachrührer für allgemeines Rühren, einem Knethaken zum Kneten und einem Schneebesen für luftige Kreationen. Mit diesen Anlagen steht euch alles zur Verfügung, um eine Vielzahl kulinarischer Möglichkeiten zu erkunden. Das innovative Planetenrührsystem ist ein echter Game Chinscher. Es garantiert gründliches und gleichmäßiges Rühren, indem es jede Ecke der Schüssel erreicht und ungleichmäßig gemischte Zutaten eliminiert. Mit dem Bella könnt ihr euch bei jeder Verwendung auf perfekt verarbeitete Teige und Teige verlassen. Der Klarstein Bella zeichnet sich nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch sein lebhaftes rotes Finish aus. Sein modernes Design verleiht eurer Küche einen Hauch von kühner Eleganz und macht ihn zum Mittelpunkt eures kulinarischen Arbeitsbereichs.